Schon auf dem Tisch, also Mitgliederbefragung und da rumort es, da gärt etwas an der Basis der CDU. Wir schauen mal drauf. Lukas Schophofen und Markus Mündlein sind junge Union-Mitglieder in Leipzig. Dieser CDU-Kreis brachte die Diskussion um einen Mitgliederentscheid nach der Bundestagswahl ins Rollen. Schon damals, als es um eine Jamaika-Koalition ging, wollten sie mitbestimmen. Grundsätzlich, so bei Grundsatzfragen, denke ich, das ist ein gutes Mittel. Gerade weil wir in der modernen Zeit auch die Möglichkeiten dafür haben. Also man muss das ja theoretisch auch nicht mehr hier mit Brief und allem machen. Und daher bei Grundsatzentscheidungen ja, aber natürlich nicht immer. Aber dieser Vorschlag wurde auf einem Landesparteitag abgebügelt und Angela Merkel verwies auf die Mitsprache der Amtsträger. Doch seitdem wird an der Basis über einen Mitgliederentscheid diskutiert. Deswegen hat man gesagt, alle anderen wollen also ihre Basisfragen. Warum soll das nicht auch die CDU tun? Man muss ja ganz klar sagen, auch unsere Verhandlungsführer sollen ja irgendwie nochmal die Basis hinter sich haben. Bei der Bundestagswahl erlitt die CDU in Sachsen herbe Verluste, wurde von der AfD übertrumpft. Seitdem fordert die Basis in der Fläche mehr Mitsprache, will auch ihre Interessen vertreten sehen. CDU-Stadtrat Michael Weikert wurmt, auf sie sei zu wenig gehört worden. Wir haben, wenn man jetzt sich so überlegt, seit 2011 eigentlich mit der Aussetzung der Wehrpflicht, mit dem Ausstieg aus der Atomenergie, mit dem Mindestlohn, mit der Rente mit 63, ja viele zentrale Themen gehabt, wo man sich einfach mal auch auf diese Art und Weise rückversichern hätte können. Wie sieht denn das eigentlich die Basis? Junge Union-Mitglied Markus Mündlein sieht einen Mitgliederentscheid kritisch, vor allem mit Blick auf die SPD. Dass seine Kollegen von den Jusos derzeit so viel Einfluss haben, macht ihn keineswegs neidisch. Da geht es ja wirklich gar nicht groß um Inhalte, sondern vor allem darum, die GroKo zu verhindern. Und das finde ich einfach unwürdig gegenüber unserer Parteienlandschaft, beziehungsweise gegenüber der SPD. In der CDU sollen die Stimmen der Basis wenigstens auf dem nächsten CDU-Parteitag gehört werden, nach dem Motto, die tun was. Tja, dann schauen wir mal auf die Reaktionen im Ausland.